Ich bin im KSV Seeheim aufgestiegen, aber nicht beim Club geblieben, sondern nach Mainz gewechselt. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass sich Mainz gemeldet hat und gesagt hat, sie hätten gerne ein Gespräch mit mir. Sie sind positiv begeistert von meiner Leistung in der zweiten Bundesliga gewesen. Und da ist es halt zum humaren Gespräch bei mir daheim gekommen und bei meinen Eltern. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass meine Eltern bei den ganzen Gesprächen dabei sind. Und da haben wir das Ganze dann beredet. Du bist auf die hergekommen als Amtierin, der deutsche Juniorenmeister. Wie gut bist du im Seniorenbereich? Im Seniorenbereich habe ich deutschlandweit noch nicht bei den Deutschen Meisterschaften mitgemacht. Ich werde dieses Jahr das erste Mal mitmachen und dann werde ich sehen, wie es ausgeht, würde ich sagen. Was ist so Perspektive beim Seniorenbereich? Was glaubst du, wo könntest du dich da einordnen? Also ich würde sagen, dass es für mich ein Ziel ist, Medaille zu machen auf den Männerdeutschen Meisterschaften. Aber wo sind deine Stärken? Meine Stärken, würde ich sagen, sind über die Kondition zu ringen und die Leute halt müde zu machen, mit meiner Kondition und meiner Fitness halt auch auszunutzen, um dann in weiterer Hinsicht dann meine Kämpfe zu gewinnen. Welche Griffe sind so deine Spezialitäten, ob es eben Konditionen ist oder dein Hauptding, wenn du die Gegner schlagen kannst, welche Griffe sind sowas von dir zu erarbeiten? Hauptsächlich über eine Seite aufziehen und daraus folgende Techniken, wie eine Seite ans Bein und dann Doppelbein oder ähnliche Sachen. Er ist sehr fleißig, er trainiert gut, er ist der kommende Mann im DRB, im Deutschen Ringerbund. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir es geschafft haben, so ein hoffnungsvolles Talent, deutsches Talent, zu uns nach Mainz zu holen.